Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für uns an CS Kino Schritte. Und zwar reiten wir dort zwei Prüfungen Green Jump. Leider hat es nicht sehr viele Meldungen gegeben. Also in den letzten Tagen hat es zwar noch ein paar mehr gegeben. Im Moment sind es 17 startend ein. Und leider hat es diese Nacht wieder geregnet. Und heute am Navi-Tag melden sie auch Regen, wenn die Prüfung ist. Aber wir gehen natürlich trotzdem. Wir hoffen, es regnet nicht gleich zu fest. Und sonst ja, wir sind ja für jedes Wetter gerüstet mittlerweile. Auch schon die Turniere gegeben, was ja fast die ganze Zeit geregnet hat. Ich habe zwar eigentlich immer schwank gehabt. Also immer wenn ich geritten bin, hat es irgendwie nicht geregnet. Aber ja, heute hoffen wir auch wieder, dass zumindest wenn wir Ritten das Aufwertrag nehmen. Und eben es ist Green Jump. Und in Kino Souti bin ich noch nie Green Jump geritten. Ich bin dort sonst eigentlich jedes Jahr. Aber jetzt bin ich immer FN Prüfungen geritten. Und ja, es ist halt nicht der einfachste Platz. Obwohl es eigentlich nicht so schwierig ausgesehen, da oben von aussen. Aber es hat trotzdem alles aus seiner Tücken. Und deswegen ist unser Ziel eigentlich einfach ohne Revitoren zu kommen. Und natürlich... Es wäre schön, wenn wir klassiert wären. Aber ich schaue ja Green Jump eigentlich mehr als Training fürs CC an. Damit der Lemmy möglichst viele verschiedene Sprünge sieht. Und da wir dort auch noch nie Green Jump geritten sind. Und wenn ich nicht genau weiss, was dort drin ist. Ja, lassen wir uns einfach ein bisschen überraschen. Ich probiere gut zu reiten. Schönen Rhythmus zu haben. Ihm gut zu helfen. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich wünsche euch heute ganz viel Spass bei dem Video. Der eine Erinnerung. Der eine Erinnerung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020